Wir wollen aber kein zweites Köln. Wir wollen keine Parallelgesellschaften und wir wollen auch keine No-Go-Areas. Jena ist meine Heimatstadt und ich finde es beschämend, heute Abend feststellen zu müssen. Wir haben zwar keine Parallelgesellschaften, aber trotzdem ist Jena die erste Thüringer Stadt mit einer No-Go-Area. Und woran liegt das? An dem linken Sumpf in dieser Stadt, der schon viel zu lange nicht trockengelegt wurde.